Ich bin Ella. Ich möchte euch heute zeigen, schlesische Klöße, gefüllte mit Hackfleisch, die ich von meiner Mutti gelernt habe. Für die schlesische Klöße brauchen wir 1 Kilo Kartoffeln, ungefähr 300 Gramm rohe Kartoffeln und 25 Gramm Kartoffelstärke. Für die Sauerkraut brauchen wir ein kleines bisschen Flüssigkeit. Sauerkraut, die habe ich vorher ein bisschen ausgespielt, dass die Säure ein bisschen weggeht. Als nächstes kommt ein bisschen Zucker, Glaubeblatt und Piment, ein bisschen Kümmel und ein bisschen gekörnete Brühe. Jetzt tun wir das Einsetzen und kochen ungefähr 25 Minuten. Die Hackmasse für die Klöße besteht aus Hackfleisch, eine ganz kleine angeweichte Brötchen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein Ei. Und hier habe ich eine Zwiebel gehackt mit Knoblauch. Das tun wir zusammen schön untermischen, dass die Masse zusammen gebunden ist. Und wir füllen dann die Klöße damit. Jetzt unsere Kartoffeln sind fertig. Jetzt tun wir die abgießen. Die Kartoffeln jetzt, die tun wir durch die Kartoffelpresse. Die kann man in so einem heißen Zustand auch machen, da ist das nicht so ganz so schwer. Jetzt kann die Kartoffelmasse auskühlen langsam. Und unterdessen machen wir die rohen Kartoffeln raspeln. Ich mache das mit meinem Thermomix. Und zu Hause könnt ihr verwenden eine Reibe. Wenn es ein bisschen zu viel Flüssigkeit ist, muss man das ein bisschen wegmachen, dass die Kloßmasse nie zu sehr feucht ist. So, die rohen Kartoffeln mischen wir zusammen mit die gekochten Kartoffeln. Als nächstes kommt die Prise Salz, die Kartoffelstärke und die Masse schön zusammen untermischen. Inzwischen kann man Wasser vorbereiten für die Klöße. Die müssen, das Wasser muss richtig kochen, wie das so üblich bei Klößen sind. Die Klöße, die tun sie am besten auf die Hand so ein bisschen flach machen. Und das Hackfleischmasse da reinfüllen. Und richtig zuschließen, dass das Hackmasse nicht rauskommt. Das ist gar nicht so schwer, aber auch manchmal nicht so einfach. Und die formen wie ganz ovalen Form. Und am besten ein bisschen Mehl wälzen, dass die Risch zu sind. So sehen die ungefähr aus. Die Klöße können wir auch füllen mit anderen Sachen, zum Beispiel mit gebratenen Champignons oder gebratenen Pilzen, mit Zwiebeln. Wenn es kommt drauf an, was jeder gerne isst. Oder eben vegetarisch mit Spinat. Oder eben andere Sachen. Die habe ich gerade von meiner Mutti gelernt. Und die begrüße ich ganz herzlich. Also wenn meine Mutti da ist, da kochen wir natürlich auch noch mehr manchmal. Für die Sauerkraut brauchen wir jetzt anbratenen Speck. Und als nächstes kommen klein gehackte Zwiebeln. Die muss erstmal schöne Farbe kriegen. Schöne goldgelbe Farbe. Wenn das Speck ausgelassen ist, da tun wir ein bisschen Zwiebel rein. Das ist zusammen. Ein bisschen zusammenbraten. So, jetzt das Wasser kocht. Da können unsere Klöße reintun. Und ca. 20 Minuten kochen lassen. Bis die oben schwimmen. Die müssen langsam ziehen. So, unser Sauerkraut jetzt ist fertig. Ein Speck mit angebratenen Zwiebeln auch. Da können wir die ganze Zutaten zusammen umrühren. Alles zusammen untermischen. So ist die Sauerkraut schon fertig. Für die Klöße wollte ich noch ein kleines bisschen Zwiebeln anbraten mit Champignons. Und die kommen obendrauf auf die Klöße. Das bringt auch immer einen guten Geschmack. Und schöne Aroma durch die Pilze. Zuerst kommen die Zwiebeln. Die müssen kurz alleine anbraten. Die Zwiebeln tun wir noch ein bisschen Champignons. Ein bisschen Brotzen müssen die auch noch. Ein bisschen gehörnte Brühe und ein bisschen Pferdl. Und die zusammen untermischen. So, jetzt unsere Klöße sind fertig. Wir können jetzt auf dem Teller anrüsten. Erstmal ein bisschen Sauerkraut. Dann kommt die Kloze drauf. Man sagt immer, die Auge isst immer mit. Und unsere gebratene Zwiebeln. Champignons. Und ich habe ein bisschen Bratensauce vorbereitet. Und auch ein bisschen anrüsten mit Petersilie. So ist unser Gericht fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de harsh ey ey ä ä ey